Einen wunderschönen guten Tag meine Freunde vom Rap am Mittwoch. Bist du immer umzieht? Ich habe gerade verrückterweise erfahren, dass Rap am Mittwoch umzieht. Ich bin ganz stolz darauf. Ey krass. Rap am Mittwoch ist groß geworden. Rap am Mittwoch. Mittwoch bin ich nicht da. Also Mittwoch nie, ist immer sehr voll. Was geht ab? No dirty shit trip. Rap am Mittwoch jetzt im BINU Club. Ab 19. September kommt vorbei. Größer, besser, fresher, echter. Kommt vorbei. Mittwoch. Immer. Ist jetzt umgezogen. Alle mitkommen. Ich weiß wo. Die sind erwachsen geworden. Die sind... Einen Moment. Rap am Mittwoch. 19. September. 19. September. 19. September geht's wieder los. 19. September. Rap am Mittwoch. Ab 19. September im BINU Club. 19. September geht's los. Die dritte Staffel. Für euch jetzt noch härter, jetzt noch laiver, jetzt noch mehr Freestyle-Action. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Zieht's euch rein. 19. September. BINU Club. Rap am Mittwoch. Bis dahin. Mein Name Megalo. Peace. Rap am Mittwoch. Vergrößert sich. Es ist explodiert. Im BINU Club. Guckt's euch an. Im BINU oder wie ich. Auf YouTube. Im BINU. Habibi, die sind groß gewonnen. Ihr passt nicht mehr im Kalabasch rein. Ab ins BINU. Im Kalabasch geht's in den BINU Club, was ich persönlich super finde. Weil, ist erstens bei mir um die Ecke. Ist noch viel größer. Das heißt, wir haben alle viel, viel mehr Platz. Das Ganze wird am 19. September starten. Hat mir hier so ein Vögelchen zugeswitchert. Und ich hab auf jeden Fall gerade mein Versprechen gegeben, dass ich auch mal wieder vorbeikommen werde. Ich war ja früher eigentlich Stammgast. Ich hab ja sogar so eine Member Card. Ich hab einfach nur wenig Zeit gehabt. Ich hoffe, dass ihr, genauso wie ich, dann am 19. September oder danach eben im BINU Club vorbeikommt zu Rap am Mittwoch. Wie vielte Staffel? Dritte Staffel schon. Ja, ich hab eine komplette Staffel verpasst. Die Rückkehr der Jede Ritter fickt alles. Bombe. Größer, besser, härter. Es zieht zurück. Jetzt back in the hood. Schlesisches Tor kommt am 19. September. Nicht vergessen. Der neue Termin. Rap am Mittwoch, dritte Saison. Ihr dürft es nicht verpassen. Geht da hin, lasst euch da blicken. Ich hab gehört, der Laden davor ist auf allen Nähten geplatzt. Da habt ihr ein bisschen Space. Ihr kippt nicht um und so einen Scheiß. Trinkt auch ein bisschen Wasser, wenn ihr da seid. Nicht nur Licker. Wie Ecke. Ja, aber es geht. Ihr wisst, Alter, ich bin Rap am Mittwoch. Junkie. Und darum weiß ich, dass am 19. September Rap am Mittwoch rumzieht. Verstehst du? Ich bin Fan. Also weiß ich, dass die umziehen. Wir ziehen in den Binou-Club. Schlesisches Tor kommt vorbei. Ich bin auch da. Taita, Alter. Jetzt geh ich. Aber sonntags guck ich mir die Scheiße immer schön auf YouTube an, Alter. Super. Nein, aber lasst euch da blicken. Jalla, bis bald. Mein Gott, sind die groß geworden. Und wenn du nicht da bist, ich kenn dich. Wenn du nicht da bist, kommst du dir nach Hause, ja? Also geht mal. Ich muss Rap mit nie weitermachen. Wenn du nicht da bist, kommst du schon mal. Dann gehst du zum Schluss, kommst du. Gut. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.